Super Mario Maker! Yes, Mario Maker! It's a Super Mario Maker! So! Oh! Wir können spielen oder bauen! Oh, wir können spielen! Yay! Es ist total sinnlos, was ich gerade tue! Weeeee! Oh mein Gott! Das ist so geil! Ist das der erste Level? Wo ist unser Code? Ja, ist mir auch ein Code. Aber er gibt mir keinen Code! Keiner will mir Codes geben! Oh, ich hab's geschafft! Okay, da er mir im Chat keinen Code gibt, suche ich mir selber Codes raus. Den willkommen zu Super Mario Maker! Mein Kumpel Martin hat mir einige Codes geschickt, von Dingen, die er selber gemacht hat. Deswegen geht's mal auf spielen! Ähm, Level aus aller Welt! Man kann doch irgendwie... Wo kann man denn die Codes eingeben? Wisst ihr das? Oh, danke, Queechy! Ähm, ich hab ja auch ein paar! Baumeister gesucht! Level suchen! Ich glaube, das ist richtig! Neue Level, Stangenrisse, Gesamt, alle neu laden! Wo kann ich denn die wunderschönen Codes hier eingeben? Äh, äh, äh! Ne, vielleicht hier? Bei dem? Ja, das sieht sehr gut aus! Das nehmen wir mal! Ich hab ja sogar... Mein Stift! Ähm, noch leiser! Ich mach mal noch ein bisschen leiser! Ich weiß nicht, wie laut es am Ende wird! Ploink! So! Das wirkt alles ganz lustig! Ich guck mal hier! Mein Kumpel hat mir nämlich was geschickt! Ähm, Marios Killer Level! Den machen... Ne, ich hab Angst! Da ist das Wort Killer drin, ne? Das finde ich nicht gut! Wir nehmen mal den! E! Null! Zwei! Z! Ähm! Null! 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 Ich hab keine Ahnung! Ähm! Jetzt hab ich gerade... Uah! Jetzt ist mein Bildschirm im Null geworden! Na komm! So! Zwei! Aaaaaah! Drei! C! Gut! Probieren wir jetzt mal! So! Das machen wir jetzt! Super Zelda Dungeon! Ach du Scheiße! Speichere ich mal! Eigentlich... Verwende das Video Gamepad zur Steuerung! Was? Ja okay! Ich wollte den jetzt aber eigentlich auch spielen, ne? Möchtest du diesen Level bearbeiten? Nein! Ich möchte ihn einfach nur spielen jetzt! So! Spielen! So! Wie spielen denn jetzt? Von meinem Kumpel Martin! Hat er mir gestern geschickt und mal gucken! Das war so ein bisschen... Okay! Das war so ein bisschen halt... Oh! 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 Ah! Ich werde zu Link! Das ist ja schön! Ähm! Warum sind da so viele... Das sind ganz schön viele Pilze! Ich guck gerade! Ist hier der Sound an? Oh Gott! Okay! Ähm! Warte mal! Er meinte, hier sind auch ein paar... Ähm! Ach! Komm! Ich halte mich mal hoch! Oh! Oh! Was? Hä? Wie bin ich da gerade hochgekommen? Hä? Ich bin da gerade hochgekommen! Wissen Sie wie ich da gerade hochgekommen bin? Ähm! Muss ich jetzt... Ich habe irgendwie ein bisschen Angst! Ah! Was? 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 Wie scheiße ist das denn? Nein! 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 Was? Wie habe ich das geschafft? Äh... Bitte was? Ähm... Okay, ich will die Münzen alle haben. Ich weiß nicht, wozu ich die Münzen alle brauche, aber ich will sie haben. Nee! 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 Okay, kann ich vergessen. Okay, ich glaube ich muss jetzt diesen wunderschönen Cooper töten, um ähm... da unten weiterzukommen. Ich habe sehr Angst, wenn ich da zur Seite gucke. Das finde ich irgendwie alles nicht so gut. Okay. Ah! Ah! Was? Hä? Ich habe gerade runtergeguckt! Oh, was? Okay, ich habe Angst. Ah, okay. Die kommen dann immer wieder neu runter. Die darf sich jetzt aber erstmal sicher sein. Gut. Jetzt muss ich aber da rüber und ich habe keine Ahnung, wie ich das... Ach du, Schande, ey! Ey! Hört ihr mal bitte mal auf! Ihr nervt mich! Ihr nervt! Geht weg! Ähm... Geht das hier doch so endlos weiter? Huch! Ähm... Okay! Nein! Was? Bitte was? Oh nein! Was soll die Scheiße? Mann! Okay! 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 Ich muss warten! Ich muss warten! Nein! Nein! Das war scheiße! Das war jetzt... Ha! 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 So! Ha! I don't give a fuck mäßig! Huch! So! Hier bin ich erstmal safe, ne? Ja! Gut! Das muss ich... Ach du Scheiße! Das ist schon fast ein bisschen wie Kaiser Mario! Hallo Neolink! So! So! Ähm... Ich muss jetzt hier hoch, ne? Ich muss jetzt... Oh Gott! Ich sterbe sowas von! Alter! Wie kacke ist das denn? Okay! Bin ich hier sicher? Okay! Ich bin hier grad noch sicher! Ich glaube, das wird sich schnell ändern, oder? Ich glaube... Nee! Der Unwett auch nicht so schön! So! Ach nee! Nee! Das ist auch... Das ist auch... Das ist auch... Das ist auch... Okay! Ähm... ... ... Ich hab vielleicht keinen Bock mehr auf diese Level, der ist mir ein bisschen... ... Ich will dir aber etwas leichteres, dass man nehmen soll. Ich glaube der von Quietschi, ist auch schwer. Quietschi, wie schwer ist denn deiner? Scheiße, ich hab nur gesagt gesehen was du da im Stream gemacht hast. Und das war auch irgendwie so ein übelster Kack. Ich glaube, ich lasse es erst mal. Neue Startlevel beenden. Wir machen mal Level beenden. Es ist mir irgendwie doch zu heftig. Ähm, Silent Boba Blush. Guck mal, was habt ihr denn hier so schönes... Ich geh weg. Das ist scheiße. Level von Martin. Ich will noch einen... Neue Level suchen und ich finde meinen Stift nicht. Und da ist er, ja. So, was habt ihr denn so für schöne Level? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Da willst du mal ein Level testen? Ja, mache ich mal. E. Das war schon wieder übelster Kack, von dem ich zu dumm bin. Ich stehe es jetzt schon. 4-7-E-4-7-D. F. Na gut. Brauche ich ewig, um es hier einzugeben. So, was haben wir denn hier so schönes? Okay, sieht schon mal sehr, ähm, fies aus. Ich bin mal gespannt. Ich scroll mal runter. Also, das Level sperrbar will. Queechi sagt gerade, dass sein Level easy ist. Das glaube ich nicht. Ich spiele den hier erstmal. Dann kann er noch ein ganzes Level nochmal in den Chat posten. Weil wenn ihr alle dann immer euer Level postet, dann muss ich immer rumscrollen während des Streams. Das ist dann kacke. Geht's hier lang? Nein. Okay, ich denke mal, den könnte ich hinkriegen. Das wusste ich natürlich, dass ich passieren würde. Ach, schön. Da unten sterben sie also alle. Alles klar. Okay, da muss man mit rennen. Gibt's auch normale Level, die man schaffen kann? Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Hä? Wie soll ich denn, wie soll ich denn, wie soll, wie soll ich das machen? Vielleicht auch hier so? Ah, das ist also eine Finte. Ich verstehe. Jetzt komme ich natürlich hier nicht mehr weiter. Ja, komm. Okay. Ah, ich bin zu weit gesprungen. Das macht keinen Spaß, wenn man da sonst stirbt. Ich meine, okay, ein bisschen kläflich sollte das schon sein, aber für uns Stream. Das ist ja scheiße, wenn man immer wieder zugucken will, ich fehle. Hallo, danke, Wiesel, fürs Hosten. Ich kacke die ganze Zeit ab, weil die Leute mir noch schwerer Level schicken. Okay. Okay, Leute. Ich habe keinen Bock. Okay. Very hard Level. Toll. Das macht total viel Spaß, am Stream zuzugucken, wie ich versuche, den zu machen. So. Mr. Boom, it's will the right. Coin Maze. Sieht interessant aus. Das Spiel mit dem Krokodil. Nein, das Spiel mit dem Krokodil gibt es heute nicht. So, wir spielen jetzt das Coin Maze. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier abgeht. Ach so. Okay. Okay. Was, 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 was? Ach so, quasi, new. Ah, I see what you did there. Okay. Ach, das ist aber cool. Solche Levels sind cool, die sind auch kreativ. Ich bin einfach so schwer. Ich mag schwere Levels, ne? Ich bin nicht zu scheiße. Und, äh, hier darf sich das Hund aufhallen. Genau. Machen wir das mal. Hallo. So, ähm. Was soll das? Das ist, das ist gemein. Scheiße. Scheiße. Okay. Probieren wir mal was anderes. Ach, come on. Das ist wahrscheinlich ernst. Okay, nehmen wir mal. Fast, ne? So. Ähm. Wir stehen mal einen anderen Weg. Nee, kann ich nicht wieder zurück, ne? Oh, natürlich kann ich nicht zurück. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, Mann. Scheiße. Okay. Ähm. Ne, das ist kacke. Ich will aber nochmal, ähm. Kann ich doch da irgendwo anders lang? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Äh. Nee. 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 Nee, ich bin schon wieder hier. Was soll die Scheiße? Mann. Du musst in die Zahnräder rein. Ja, genau. Danke für eure Tipps. Es ist leicht, glaub mir. Ja, aber erstmal muss ich das hier machen. Ich muss dann auf jeden Fall nochmal scrollen, dass ich das Level von Quietschen mache. Sonst weint der. Ich glaube, das hier hinten ist auf jeden Fall falsch. Ich muss hier lang. Aber ich weiß nicht. Ich habe mit der Angst wieder... Ah. So. Man kann sich überlegen. Da kommt man wieder da hin. Das ist ja auch scheiße. Also muss ich hier lang. Jetzt kann ich mich schon entscheiden. Sind das bestimmt auch scheiße? Also nehme ich mal das hier. Oh Gott. Jetzt muss ich mich... Ich nehme mal den hier, ne? Den Weg. Ja. Oh, fast wäre ich da reingerannt. Okay. 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 Ja. Ich habe ein Level geschafft. Oder so. Hey, Lee. Hallo, Quietschen. Ja. Okay. Gut. Wir wollen das nächste Level. Ähm. Gut. Ja, das ist cool, das Level. Mache ich mal... Gebe ich mal einen Stern. Das kann man auch einfach mal so im Stream schaffen. Okay, Quietschen. Wehe, das ist jetzt nicht leicht. Wenn das wieder so ein Scheiß ist, der für einen Stream total kacke ist, dann hasse ich dich. Okay, Quietschen. Okay. Weißt du Bescheid. Okay, Quietschen. Will, dass ich ein Level mache jetzt? Ich tue es. So. Ich gebe ihn ein. Oh, ich wollte keine mit meiner... Mit meiner Maus. Ja, achso. Ich muss hier auf das Gamepad ja gucken. Ich bin ein bisschen blöd. So. Okay, Quietschen. Und... Same Level New Style. Okay, Quietschen. Wir probieren's. Du hast dann noch eins. Und was... Egal. So. Wah! Oh! Nein, nein, nein! Pfff! Pew! Pew! Und pew! Und pew! Okay, okay. Wow! Okay, das ist... Das ist schon groß. Okay, das sieht bis jetzt noch alles normal aus. Boah, nice try. Nice try. Ist hier vielleicht irgendwo noch... Upp, versteckt? Nee, hell, bestimmt nicht. Oh, Mann! Wieso kommen da so viele komische... Wee! Wuhu! 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 Ist aber wieder ein Pilz. Nein. So ein Bittermünzen-Block, der mir überhaupt nichts bringt. Oh, oh. Ups. Okay. Okay. So. Okay, okay. Das schaffe ich. 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 Okay, okay, okay. Oh, nee, da hast du ein bisschen Blume. Das sind zwei solche kleinen... Ne, Typis. So. Ja, was willst du? Was willst du? Was ist dein Problem? Komm, was willst du? Was willst du? Äh. Was ist hier drin? Oh. Okay. Oh, ich hab ihn geschafft. Ich hab ihn ja nicht geschafft. Jetzt müsste es mir erst mal so voll krass, mir was gegen die Fresse springen. Mach alles auf Speedrun so. Ja, das erste Mal muss es leicht sein. Yay! Alles klar. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Ich hab's geschafft. Ja, was ist he pourrait sich. Das ist kein gleiches Mal. лю